So, wir haben den 3. Dezember 2018 und ich muss wieder zucken. Es geht nicht anders. Wir haben die Ziele erobern und halten. Okay. Wir haben die Ziele erobern und halten. Okay, ich baue erstmal ein bisschen. Was habe ich denn hier gebaut? Okay, jetzt baue ich das auch noch. Scheißegal, ich baue einfach alles. Reingehts. Aua! 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 Ich seh nicht. Das ist unsere. Ich bin so blind, Alter. Was soll denn das? Aua! Aua! Wieso Kräfte? Okay, dann spawne ich mal bei ihmchen hier. Oh ja! Das ist genau das richtige Schleck. Da unten ist einer. Na toll. Okay. Also wir sind weiter. Scheiße, Mann! So kann man den Schleck weiter unten ansetzen. Komm mal! Oh, ich hab einen umgebracht. Oh! 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 Ja, na klar! Oh! Oh! Soll ich bei ihm spawnen hier? Los! Spawn schon! Oh! 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 Ja, wir verlieren, sehr klar Okay, schade Hedgehog, bitch Alter, hinter mir Nein, wie, wo, Jungs? Selbst wenn ich meine Wiener durchgeführt habe Der ausragende Schuss Schießpulis Ja, ja, ich bin tot Wo kann ich denn mal hier spawnen? Ach, was das? Das werden wir jetzt nicht So Oh Mann, meine Wange juckt Oh Mann, meine Wange juckt Nein, wie soll ich die denn fressen Achtung, wir verlieren Ziel Anton Was sind die denn jetzt? Scheiße Alarm, wir verlieren Ziel Anton Hups, Alter Irgendwie war das ein bisschen der eigene Ölter Hulter Ich bin... ...schluck Hulter Hai Okay, jetzt brauche ich eine andere Idee. Oh, echt? Ich habe keine. Okay, dann nehme ich das. Gibt es hier irgendwas zu bauen? Nope. Doch, hier. Ich baue erst mal. Oh mein Gott, warum? Gleich haben wir es geschafft. Nicht nachlassen. Okay, wir schleichen rum. Na ja, geht doch. So, und jetzt auf in den Kampf. Keine Sorge, ich helfe dir. Komm, Junge, ich helfe dir hoch, Mann. Alles gut. Ja. Haben wir gewonnen? Ich bin nochmal gewonnen. No, wir haben gewonnen. Ja, wir haben wir gewonnen. Ja! 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 Vielen Dank für's Zuschauen. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich weiß nicht welche, Mann. Sie ist sauber. Ich bin so schlecht mit dem Mann. Nein, der wurde auch erschossen. Natürlich. Okay, ist ja gut. Wir sind tot. Oh ja. Sugar. Ja. Wir haben alle viel verloren. Nein, warum? Oh ja. Ja. Vier. Okay. Bam. Ja. 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 Langweilige Stelle. Irgendwie. Oh Gott. Da springen kann man also auch nicht. Dann bauen wir erstmal. Ja. 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 Oh, die sind einfach so großartig. Ich komme nicht rüber, man. Warum? Wir verlieren gerade Ziel Berta. Wir haben Ziel Berta verloren. Ok, weiter gehts. Ich bin jetzt im Papen. Wir haben jetzt die Kontrolle über Ziel Anton. Komm schon da. Da kommt er jetzt raus. Da ist er laut durchgelaufen. Wir haben Ziel Anton verloren. Aufpassen. Ziel Cäsar ist verloren. Wir haben Ziel Berta verloren. Wir haben Ziel Berta verloren. Wir haben Ziel Berta. Wir haben Ziel Berta. Hier. Why did it happen? Wir haben Ziel Berta. Wir haben Ziel Berta. Sie ist wichtig, was ist der Ziel? Wir müssen unsere Ziel Berta geht.